Nennen Sie einige logistikbezogene Kennzahlen im Produktionscontrolling. Produktionscontrolling. Produktionscontrolling ist ja der Überbegriff und jetzt geht es hier im Bereich des Produktionscontrollings um logistikbezogene Kennzahlen und das können sein zum Beispiel Termintreue. Termintreue der Lieferanten. Dann Lieferbereitschaftsgrad. Zu wie viel Prozent konnten wir auf dem Lager die Bestellungen, die Anforderungen nach Material, die reinkamen, befriedigen? Und Transportmittelauslastung. Ja, das hat ja schließlich auch mit Logistik zu tun. Also das können Kennzahlen sein. Das sind nicht die einzigen, oder das ist auch nicht die einzig mögliche Antwort, aber das sind Sachen, die man sich vorstellen kann und die zur Fragestellung auf jeden Fall passen. Wollen Sie lernen ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.